Ja, komm. Okay, alles klar, kein Problem. Ja, Kartoffelbossel win! Äh, schulde ich dir mittlerweile eigentlich zwei Bier? Wie mir? Natürlich. Nein, eins. Ach Quatsch, eins. Ja, ich mein, beim, beim, äh, beim Wichteln, da war ja mit, ähm... Richtig, mit, mit, mit Option. Oh, oh, ich fliege, ich fliege, ich fliege! Ich bin eine Hexel! Ich bin tot. Hahaha, als ob. Komm, bleib doch oben jetzt! Warum soll ich euch suchen, wenn es hier einfach voll geil drin ist? Ich habe eine Bratpfanne unterm Bett. Ist doch safe hier drin. Versteckt oder nicht? Ich komme. Bist du schon wieder? Ja. Auf welchem lieg ich da gerade? Auf mir nicht. Ja, auf dem anderen, der gelacht hat. Nehme ich mal an. Oh Gott, das ist ein Level. Das könnt ihr alles abballern. Du liegst immer auf der Beke. Ich dachte gerade so, was ist denn eine Behecke? Eine Beke. Eine Behecke. Dürfte ich sie mal in die Beke treten? Also im Chat können jetzt nur wir lesen, ja? Nein. Kann das Chat nicht lesen? Ich habe das auch gelesen. Da fehlt ein P. Du musst dir das P dazu drücken. Wieso? Ich kann halt eins nicht richtig schreiben. Du kannst eins nicht richtig schreiben? Ja, ja. Ich habe Diskalkulatie. Oder wie das heißt. Ja, das ist schon eine krasse Map alleine. Wie kann man denn hier was schreiben? Mit Enter. Oder mit der Tastatur, das geht auch. Mit der Piratentaste und dann das fremde Schiff. Oder N. Also ich kann nicht schreiben. Enter. Oh, guck, guck. Also Enter. Hallo. Die Piratentaste, die Enter-Taste. Es geht so ab bei dir. Was geht? Was geht? Ich sage es dir ganz konkret. Ich bin nicht kuscheln. Danke, wir haben ein Date. Du bist eine Frau und ich bin ein Mann. Ich beschmeiße hier die. Und deswegen. Okay. Sofortflammungszwecken. Solltest du jetzt stehen bleiben. Hinter dir. Guck mal, da fallen Stränge vom Himmel. Da fallen Stränge vom Himmel. Da kann man eigentlich nicht schnell laufen. Das wäre echt mal eine schöne Sache. Das wäre echt geil. Das habe ich auch gerade schon gefallen. Das ist so großartig wie die Dinger. Er hat doch das Auge verloren. Hier fliegt ein Kartoffelsack rum. Ich habe dich springen gehört. Ich habe ihn auch gesehen. Ich bin gar nicht gesprungen. Irgendwer ist da reingegangen. Niemand ist da reingegangen. Niemand geht dort rein. Klar ist ja einer reingegangen. Das ist nicht die Hexe, die du suchst. Wir sind jetzt halt die Items runterdroppen. Warte, ich kann das aber auch von weiter oben und weiter hinten. Ja, das klingt falsch. Jäger, du musst auch auf mein Zeug mal reinfallen. Ist das krass. Kart ist echt krass. Oh, da ist gerade ein Bett vom Himmel gefallen. Ich bin die ganze Zeit dann vorbeireit. Das ist wie ein schlechter Comedy-Film. Ich glaube, ich muss da Musik unterlegen. Slapstick. Du, 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 du. Du, 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 du. Ah. Wo ist er denn? Ich muss erstmal wieder aufhören. Ah, den finde ich doof. Also, die sieht cool aus, aber. Oh, Jess. Sie ist doch übertrieben. Jess. Oh, ist das schön. Einfach vor ihr einfach so. Dingeschlack. Jess. So, komm. Die Hexe läuft einfach hinterher. Komm, ich helf dir. Jess, hier, komm. Hier, hier. Die läuft ja immer in die falsche Richtung. Ah. Ah, die läuft einfach ganz in einem Kreis. Ja, dann lachst du, ne? Sack ist es hier. Kirby's King-Shirt. Mach dich fertig! Hui! Oh Gott, ich geh in den Kreis. Oh, das ist so großartig. Scheiße. Komm hier nicht mehr weg. Ihr könnt mich töten, aber ihr findet mich. Ihr könnt mich töten, aber ihr findet mich. Ja. Moment. Wahrscheinlich Selbstmordattentäter. Wollen wir jetzt mal den Modus nehmen, dann, wo wir es nicht verwandeln? Äh, ja, ich soll euch einstellen? Ja. Da ist... Hunterhack nennt sich das. Äh, benutzerdefiniert. Hunterhack. Teamauswahl zufällig. Boah, mein Greenscreen ist voll scheiße. Was, dein Greenscreen? Ich hab einfach so ein Loch im Kopf. Äh, kann ich einen Tipp geben, ähm, die, äh, Windows-Einstellung von der Webcam einfach mal auf, äh, nicht automatisch stellen, sondern auf manuell. Das funktioniert bei mir ganz gut. Mit dem Greenscreen. Und meinem lustigen roten T-Shirt. Was? Mir hört keiner zu. Ja. Ja. Aber Mann, das funktioniert nicht. Ich lass den einfach drinnen, ey, scheiße. So, dann sieht man den, aber dann sieht man wenigstens meinen Kopf noch. Das hat sich grad auch sehr scheiße angehört. Sagt derjenige, der sich als Klo versteckt. Ich hab mich nicht als Klo versteckt. Ich hab mich nicht als Klo versteckt. Ich hab mich als Klo versteckt. Achso. Du warst doch Jäger. Achso, nee, aber in dem anderen Ding, da war ich ein Klo. Okay. Kennt ihr das aus der, aus der Hellkunst, aus der Alternative? Nein. Die Leine-Pulis? Nein. Achso, du meinst diese Medizin, wo der, äh, Krankheitserreger und so dermaßen stark verdünnt wird? Ja, ich. Achso, ja, ich. Ich meine Alternative Medizin. Ja, Homöopathie ist doch. Das ist Hex-Hex, meinst du. Richtig. So, okay. Was passiert jetzt? Weil den Modus kenn ich so noch nicht. Ich auch nicht. Hex. Äh, okay. Ich kann, oh, ja, okay. Äh, Hexen-Versteck-Phase. Warte mal. Oh, ich bin ja ein Jäger. Es ist die Stexen-Verhex-Phase. Bin nur Zuschauer. Kann man sich nicht verstecken, oder was? Doch, man kann sich verstecken, aber du musst dich richtig verstecken. Ja, als Hexe, nicht als normaler Hexe. Wieso bin ich nur Zuschauer? Wo du es wahrscheinlich zu langsam warst, dann bist du in der nächsten Runde dann dabei. Was meint ihr? Ich kann mich nicht verstecken. Wie, wie, wie. Also du meinst verstecken. Ich glaube, der Modus ist so, oder? Dass du nicht mehr verstecken kannst. Ja, ich weiß schon, was die. Ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht fliegen. Ich kann ja gar nichts. Das sind das Sache. Hä? Ach so, das ist ein Jump'n'Run. Das ist ein Jump'n'Run von Fockgeschrittener. Wir müssen uns wieder richtig verstecken. Das Problem ist aber, man kann mich nicht. Irgendwo hinstellen oder reintun oder so. Oh, krass. Ja, das wäre auch noch cool, wenn man irgendwo... Ah! Was? Jetzt habe ich mich erschrocken. Alter Schwede. Ich bin gerade irgendwie... Da kam der Körb die Leiste von hinten. Ich bin gerade in meine Figur reingehlt. Oh, mit Anlauf. Reingehlt. Ja, ja, und ohne Gleitgel. Oh, ohne Gleitgel. Hahaha. Oh, gleich doch. Ah. Was hast du denn für kleine Füße? Sieht ja schlimm aus. Der komplette Mund-Innenraum von der Hexe ist modelliert. Nö. Der ist schon so was. Hast du schon mal was gesehen jetzt, Stiefel? Was? Oh, ich kann doch nicht durch. Was habe ich denn gesehen? Ach, ich kann jetzt auch jagen oder... Ach so! Hahaha. Das wusste ich... Ich bin da einfach die ganze Zeit rum. Ja, ich habe gedacht, ich bin im Spectator-Modus. Ja, oder? Also, es ist eigentlich Fangspielen jetzt. Ja, so was. Ja. Wo seid ihr denn? Ah, es ist ja noch. Jetzt weiß ich nicht noch. Aber ich muss sagen, ich mache die Runde hier mit uns. Wir müssen um den Kinn nicht. Geh gleich. Ja, da musst du, da musst du ja was scarychen Mod kaufen. Ja, ich bin auch ein Stein. Ich weiß zwar nicht, woher das kommt, aber... Das musst du auch nicht wissen. Das ist ein Insider. Das weiß ich, ja. Voll gemein. Ich würde ja gerne wissen, worüber... Ich habe den Jäger gefunden! Was? Oh, falscher Gegner! Man kann es ja mal probieren. So. Hexe! Gut, gut, gut. Echt jetzt? Da komme ich nicht hin. Ah, doch! Alles klar! Also, ich bin gar nicht mal so gut versteckt. Wie ist für dich denn so geduckt? Mit C. Ja, mit C. Das wusste ich nämlich auch gerade nicht. Mir ist gerade nur wieder eingefallen, die Tastaturbelegung. Hallo! Ich habe einfach irgendwas gehofft, dass es optimiert. Jetzt müssen wir nur noch die Chest finden. Ja. Du siehst, das ist gut versteckt. Du musst einfach ein bisschen Musik spielen. Das ist dann... So, hab dich geholt, das ist voll schlecht. Wir gehen da gar nicht hin. Ja, doll. Gut versteckt. Das ist recht, doch. Einfach mal überall boxen. Okay, gleich sehen wir. Komm her, sie geht runter, sie geht runter, sie geht runter. Boxen, 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 boxen. Oh, alle auf einen. Das ist ja voll unheilbar. Komm, komm. Ja! Da können die ja immer wieder hin. Beigeflogen, ey. Oh, todelieck. Ja, das ist schon... Da kann man ja als Zielger... Das ist ein bisschen benutztbedürftig. Der Modus macht aber bestimmt auch dann sehr viel Spaß. Ich bin mal dran gewöhnt. Was? Da gibt es bestimmt auch Leute, die können sich extrem gut verstecken. Aber dann müssen wir es mal in der Fickerstadt machen. Der Modus macht doch wirklich Spaß. Fickerstadt ist toll. Da gibt es nämlich kaum was zum Verstecken, oder? Ich glaube, Fickerstadt kann man nicht voll gut verstecken. Ja. Ich glaube. Ich habe vergessen, bereit zu drücken. Ja, in der Fickerstadt kann man was mal verstecken. Ich habe es nur klein in der Fickerstadt verstecken. Oh, ich bin ein Wechsel. Achso, ja, wir können... Nein, nein, nein. Wir laufen in das gleiche Richtung. Total toll. Ehm. Aber kriegen kann ich auch nicht mehr. Das ist ja voll scheiße. Ja. Ich glaube, das ist die Herausforderung an dem Modus. Dass man diesen beschissenen Besen nicht irgendwie abstellen kann. Der verrät einen ja auch voll. Ja, das stimmt. Ich würde ja gerne meinen Hut abnehmen. Weil der hat nämlich Dreiecke. Wieso quasi aufbekommen? Hm. Da bin ich ja mal gespannt, ob man mich hier sieht. Ich sehe dich. Wer auch immer du bist. Ich hoffe, das finde ich nicht. Tau ab! Kann mal jemand hüpfen? Ey. Was geil ist, ich habe jetzt erst gecheckt, dass du da stehst. Ich war in seinen Dünn versteckt, wie sie war. Ach, ihr? Geil, ey. Aber ich glaube, die sollte es weiter nach links. Ja, achso, oder? Die Person, die ich sehe, kann die mal hüpfen? Nein. Das ist wirklich scheiße! Hast du jetzt wirklich gehüpft, oder? Nein. Oh, Mann. Okay. Die Tunnel vielleicht. Nicht abhol. Tunnel of Love. Ja, du. Oder der Tunnel im Ohr. Ich würde dir gerade gerne was sagen, aber dann würde ich wieder zu viel verraten. Dann sag einfach nichts. Es steht dir auch frei, einfach nichts zu sagen. Ich glaube, das fällt dir gerade ganz schön schwierig. Warst du das jetzt gerade, oder was? Ja. Sehr geil. Er hat mich nicht gesehen. Hm. Er hat mich nicht gesehen. Ja, mich hat er auch nie gesehen. Sehr gut. Äh. Ich verstecke mich jetzt hier. Hallo? Ich, jo. Ich bin nicht ganz sicher. War das richtig? Nein, es gab ein Haus, in das man tatsächlich noch reingehen konnte. Hm, das Haus vom Nikolaus. Ich muss einfach ein paar Striche auf den Boden malen und dann, äh, kommt er an. Ich muss ein paar Striche auf den Boden malen. Naja, das ist das Haus vom Nikolaus. Da kannst du dich ja draufstellen. Ja. Und dann bist du im, äh, Zuckertütenland. Wir gehen drauf. Und dann, wir stehen drauf. Du siehst mich nicht. Die sind die coolsten, wenn wir grüßen, wenn wir so durch die City düsen. Achso, ich kann ja eins mit suchen. Ja. Jess, wenn du immer noch da bist, wo du bist. Hau ab. Ähm. Ich glaube, das ist ganz weise, ne? Es ist naseweise. Ich habe ein bisschen... Hä, warum kann ich nicht werfen? Was ist das denn? Weil du nicht werfen kannst. Du hast keine Arme. Muss ich sie, muss ich direkt zu ihr gehen und sie umarmen, oder was? Ja. Ja, einfach, einfach auf die Schnauze, einfach auf die Schnauze boxen. Der schreit. Ich habe mich jetzt erschrocken! Ich dachte, der hat mich nicht gesehen, ey. Der schreit. Ich will jetzt mal umgedrehen und dann wäre vorurreifend. Der versteckt sich jetzt noch. Stiefelchen versteckt sich noch. Ja. Ja, ganz klein wenig. Boah, Herzinfarkt, mein Zufλ. Ich habe mich auch erschrocken, weil du so geschrien. Das ist gleich auch bei Hower-Spielen. AHHHHH! Ich glaube, ich wurde gefunden. Da bei seinem umgekippten Boot. Jane, bist du wirklich zu dem Versteck gegangen? Ja klar, natürlich. Ein unfaires Spiel. Das war so gut. Da sind bestimmt schon fünf dran vorbeigelaufen. Ich wollte schon sagen, von wegen Jess und ich haben uns schon im Bett geteilt. Der ist genau am Bett vorbeigelaufen, hat hinter geguckt und hat sich trotzdem nicht gesehen. Was hat gewonnen? Was hat gewonnen? Nix hat gewonnen. Jäger haben gewonnen. Nee, der steht hoch. Der steht hoch. Ja. Ich wollte mal fix einen Schluck trinken. Mit oder ohne Alkohol? Corona. Ich möchte aber auch mal Jäger sein. Es gab Ostermann. Toll, toll. Echt jetzt? Hau ab! Ich boxe dich da runter, das ist mein Dach. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich hasse Hexen. Oh, da kann man rein. Vor allen Dingen mit dem Gehweg. Da kann man jetzt nie wieder rein. Verdammt. Scheiße. Das erste Tod. Ich glaube nicht, aber das erste Tod. Ich bin einfach durch die Gegend. Ich bin natürlich keiner. Ich seh halt auch echt nix. Naja, abwarten und die trinken. Dann darf ich mich gar nicht ausschneiden. Wird schon. Ich hab mich professionell hinter diesem Ding versteckt. Geh weg! Professionell hinter diesem Ding versteckt. Oh, toll. Was? Oh, diese scheiß Wände, ey. Echt, die sind zum Kotzen. Was ist denn das für ne scheiß Open Word Map? Ehrlich. Die ist ja voll closed. Ich hab gerade durch den Versatz vom Discord Oh Gott, hab ich auch. Oh, das ist doch stopp. Huhuhuhu. Hier oben, irgendwo. Weggesprungen. Ah, weggesprungen. Warum trinkt der denn jetzt nicht? Ich kann nicht auf dem Dach landen. Ich bin jetzt auf dem Dach. Wie dämlich ist das denn gerade? Warte. Hupf! Was bist du denn? Was bist du denn? Oh, das könnte gut sein. Gab's hier nicht noch irgendwo gerade einen Eingang? Uh. Oh. Ah. Wie ist das? Nein! Nein! Das war ein gutes Versteck. Hört auf damit! Ich bin nicht jagbar. Wo bist du denn jetzt hingeflogen? Oah. Oh. Up and down. And up. Cooler. Cooler Insel. Ach, man kann doch fliegen. Nein! Er ist gesprungen mit dem ähm. Achso. Okay. Mit dem Hüftdings. Ich hab ihn verloren. Hm. Da oben! Was? Nein! Niemals! Nein 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 nein! Hier oben ist keiner. Ich will nicht hin! Gib ihm nicht, Nick! Ich bauch erst ein Sprungfahrer. Geh weg, du dickes Ding! Du hast ja nie ein Sprungbett! Schnell rastet aus. Ja, toll! Willst du mich verarschen? Ja! Boing! Wo bist du? Boing! Hast du mich schon wieder verloren? Wenn das hochkommt, muss er auch wieder runterkommen. Das sagt nicht zu laut in der Küche. Das war knapp! Das war knapp! Ich muss wieder dort hoch! Das ist schlimm! Ich bleib jetzt einfach stehen. Was ist denn draufgelaufen? Man kriegt echt einen Krampf in den Finger, ein ganzes Foto drucken, ey. Wer lebt denn alles? Wir sind ja noch ganz schön viele Leute. Ja. Mann, da oben ist er ja. Ich bin hier! Jess, ich hab sie! Ihr werdet mich nie finden! Jetzt hier rein! Naja, vielleicht doch. Ich bin zu dick! Richtig! Da oben beim Glockenzuarm! Das ist ne Lüge! Lüge, Lüge! Das gibt nur Lüge! Äh, ich hänge fest! 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 Lass mich in Ruhe! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Geh weg! Ich will auch! Wo bin ich? Nein! Wie komm ich hier raus?! Wie komm ich hier raus?! Da ist raus! Wo ist was zu müpfen?! Ja, ja, bitte los ab! Schneller, schneller! Schneller! Doch! Jaaaa! Wir leben! Das gibt's denn nicht! In der letzten Sekunde! Ich hasse dich! Wir leben! Es war niemand, es war niemand unten im Keller. Niemand! Niemand! Oh, ich bin die ganze Zeit hinterher gelaufen. Ihr habt mich gesehen, wie ich unten rein bin und es hat einfach niemand geguckt. Oh, ich hab ne neue Hautfarbe gekriegt! Endlich! Hast du dich in die Sonne gesetzt? Ey, Kirby, könnte es sein, dass du grad sehr, sehr lachst? Ne, gar nicht! Atmen! Ich hab keine Worte mehr dafür, Kirby! Wie sag ich dich hasse! Das war aber echt geil! In der letzten Sekunde, ey! Zum Glück war ich nicht die letzte Hexe, aber ich bin jetzt nicht die aufgeregt! Oh, schön! Aber ich möchte auch mal... Ich bin Jäger! Ich hab keine Lust mehr! Achso, jetzt muss man sich ja... Aha! Ich bin viel lieber ein Jäger! Die Möpp hier ist nicht gut zu verstecken! Hä? Die Möpp hier ist nicht gut zu verstecken! Doch! Das werd ich beweisen! Hallo, ich bin Jäger! Hast du grad das böse N-Wort genau gesagt? Jäger! Achso! Mach mal Platz hier! Bye-bye Monetarisierung, wenn ich sie denn irgendwann mal kriegen sollte! Der Arsch! Du darfst nicht hier sein, weil du mich grad gefangen hast! Hä? Ich hab nur meine Base hier! Nimm mal weg, du! Das ist voll auffällig, wie du da bist! Ich war schwelze hier mit der Umgebung! Jaaaa! Aber überhaupt nicht! Ups! Entschuldigung! Ich hab randaliert! Wir werden gleich so was von sterben, Kirby! Alle beide! Hey, du vergisst Jane! Also bisher hab ich noch niemanden gefunden! Guck, guck! Kannst du grad sagen, du vergisst Jane ist Jäger? Ja! Wannst du das grad sagen? Waaaah! Warum bist du so schnell? Waaaah! Waaaah! Auf das Patch! Auf das Patch! Auf... Ja wo ist er denn jetzt? Ach da! Geh weg! Geh weg! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Da ist das Sprungbrett! Weg! Huiiii! Da oben ist ein Hexer aufm Dach! Und weg! Geh weg! Ich kann ja gar nicht schlafen! Hallo! Hallo! Du siehst du gerade die Schatten neben dir, Jane! Oh nein! Ich bin schon wieder runtergefallen! Was ist denn das für ein Scheißspiel? Das ist mein Ei! Hau ab! Oh je! 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 Wo ist der dicke Mann hin? Huiii! Oh je! Ich hab das! Waaaah! Wo ist der dicke Mann hin? Das ist das Sprungbrett! Ah! Vor allem, du musst ja gucken, von welcher Seite du auf das Sprungbrett hüpfst! Oh! Wup! Oh nein! 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 It was a big mis- It was a big mistake what I've done here! My hands are schwitzing! Sie kann nicht mehr! Sie kann nicht mehr! Sie kann nicht mehr! Sie lassen sich einfach noch kaputt! Los! Komm her! Komm her! Hallo! Hallo! Das ist so fies! Das ist nicht fies! Komm her! Ja! Hup! Eine Runde weg! Huiiii! Alter Vater! Oh Schei! Ich kann aber so eine Runde weg! Ich kann doch nicht hier stehen bleiben! Okay! Oh Mann ey! Ha! Ha! Das war zu weit! Scheiße! Nein! Die hat jemand gekriegt! Wie nett! Oh nein! Die hat jemand gekriegt! Geil! Die kann nicht mehr! Die lasst sie gleich tun! Ich kann doch! Verdammt! Ach! Verdammt! Ach! Schade! Boom! Oh Gott! Und da ist die letzte! Kriegt sie! Kriegt sie! Tötet sie! Sie ist eine Hexe! Huuuuh! Party hart! Los! Teabacken! Oh jetzt wollte ich die Hexe noch teabacken! Das war sehr göttlich! Das muss man echt sagen! Ich habe eine Träne im Auge! Ich bin schon ganz schwindelig vom Lachen! Schneehauch! Oh! Mein Stuhl fällt gerade auseinander! Liebe Firma Noble Chairs! Mein Stuhl fällt gerade auseinander! Der hat zu viel Mais gegessen! Echt jetzt? Mein Stuhl fällt gerade auseinander! Bitte lass mich nicht wieder Jäger sein! Bitte! Oh oh! Äh! Ich bin schon sehr süß! Ich bin schon besonders gut! Ich bin schon sehr süß! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020